So, weiter geht's. Ja, wir sitzen hier im Kerker, was sollen wir tun? Ah, ich bin sogar aufgestiegen, super. Drei Punkte, Stärke, Geschicklichkeit und Konstitution. Ist das zwei Waffen geschickt? Der Charakter ist außergewöhnlich geschickt darin, in der Hand eine Waffe zu führen, wodurch er sowohl Angriffs- als auch Verteilungsboni erhält. Ja, finde ich gut. Was ist das da drin? Ja, wir dürfen die Wache verprügeln. Ah, er schafft es selber. Wenn wir unseren Hals retten wollen, müssen wir dafür sorgen, dass niemand Berat erzählt, was wir getan haben. Zergische Kriegs-Axt. Kein Bedarf. Alles nehmen. Okay. Ja. Ähm, ja, Moment. Rüstung anziehen. Das kann man irgendwie zum Plunder schicken. So, jetzt bin ich wieder da. Zum Plunder schicken. Zerstören. Zuerst mal speichern. Und los geht's. Wir müssen hier auf der Stelle raus. Oder wir sterben. Die Frage ist, wo lang? Ich gehe mal da lang. Und da geht's nicht weiter. Okay, ich kann wechseln. Okay. Okay, da ist ein, aber echt. Okay, da ist ein, aber ich bin richtig in Fahrt. Das freut mich, Lesky, dass du in Fahrt bist. Gold. Hast du was? Na, 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 na. Hast du was? Nö. Brauch ich nicht. Brauch ich nicht. Das bräuchte ich auf jeden Fall, ja. Na, mal schauen. Vergleichen. Ja. Na ja, wohl. Das macht mich aber langsamer. Aber es klingt viel cooler aus. Ja, okay. Ich nehme es. Genial auf mich. Stirb. Okay. 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 Ein Bogenschütze, zwei Nahkämpfer. Okay, er ist tot. Suck. Luriumtrank. Was ist das? Nö, kein Wort. Pils, das kann man für die Alchemie gut gebrochen. Nimm mich. Nimm mich nicht. Raus hier. Raus. Du musst hier so schnell wie möglich raus. Wow, jetzt sind es sogar schon vier. Nicht schlecht. Und alle vier bekommen was ab. Möööö. Na, 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 hast du was? Hast du was? Komm schon. Ah, da sind noch mehr Gegner. Cool. Oh no, nur riumtrank. Trank das? Nein. Geld. Nehm ich mit. Nein. Eisen. Nein. Handschuhe. Noch eine? Egal. Ich lasse alles mitgehen. Geht nicht weiter. Gehts weiter und hier auch oder? Weiß nicht. Wo lang? Da ist eine Sacktaste oder gehe ich lang? Na, eine Truhe. Aber verschlossen. Vielleicht kann er knacken. Jawoll. Alles geschafft. Oh. Macht mit der Hure, was ihr wollt. Wenn ihr Wendehals von einem Bruder seinen Platz nicht kennt, brauche ich die kleine Rika auch nicht. Rika? Hast du dich für mich so rausgeputzt? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Hey, ich weiß, was du meinst. Sie gehört euch, wenn ihr wollt, Jungs. Und glaubt mir, sie ist so gut, wie sie aussieht. Warum zum Stein bist du nicht in deinem Käfig? Erteilen wir diesen Staubfresser eine Lektion. Du. Komm mal her, Junge. Oh, ich bin total scheiße. Zack. Schnipp, schnapp. Kopf ist ab. Und jetzt zu dir, du Lutscher. Ja. Aber ich bin gleich tot. Ich muss mich heilen. So. Jetzt klatsch ich dich weg. Na komm, na komm, na komm, stirb. Stirb, stirb. Ah, geschieht ihm recht. Das geht's doch nicht. Da zieht er seine, wenn wir mit euch fertig sind, Nummer ab und du machst ihn einfach kalt. Du musst der größte Glückspilz in ganz Orsamer sein. Berat ist tot und wir stehen hier. Es lebe der König. Oh, das hat er doch. Dieser überraschte Gesichtsausdruck, als er sein eigenes Blut geschmeckt hat. Wenn das kein Winseln war. Oh, wird nicht übermütig, Saroka. Berat hat stets dafür gesorgt, dass die Drecksarbeit immer Marklinge wie wir erledigt haben. Im Augenblick kennt dich halb Orsamer. Wir müssen untertauchen. So wie er geredet hat, lebt sie noch. Aber ich lasse mir die Chance nicht entgehen, mich selbst davon zu überzeugen. Hey, kannst du Rika sagen, dass ich ihn getötet habe? Ich meine, was hast du schon davon, wenn sie dich für den mannhaftesten Krieger aller Zeiten hält? Ja, nichts wieder. Ja, was haben die denn hier so? Eine Elfenwurzel. Oh, ja, er hat was liegen. Oh, Kriegsgürtel. Nehme ich alles. Was bringt der denn? Stärke und eine Rüstung. Nehme ich. Jetzt abhauen. Schnell weg hier. Dein Job. Nochmal dein Job. Oh, ein Helm. Noch eine Truhe. Aufmachen. Alles geschafft. Na ja, wohl. Ein Helm. Ein Helm. Wo ist der Helm? Yeah. Styler. Hier geht's gleich weiter. See ya.